ähm, 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 ich hab da Fragen. Das wurde mir angezeigt, gerade, auf Facebook. Gibt es Rabatte drauf, ja, die böse App aus China. Aber was das sein soll? Ein schickes, leugnes Glas Fußballfiguren-Set. Ich bin irritiert, ich hatte Fußballfiguren etwas anders in Erinnerung. Hm. Erklärt mir das mal. Während ich jetzt gerade auf mein Essen warte, bei der Tankstelle, the good to go und so. Hm. Fußballfiguren, welche Mannschaft könnte das sein? Welches Land oder welche Mannschaft hat denn gelbe Trikots und solche Kopfformen? Außerirdische? Hm. Ich bin irritiert. Kostning. Kostning. Ich bin froh. Vielen Dank.